In welche Richtung dreht sich dieses Pferd? 40% der Leute sehen es nach links drehen, 40% der Leute sehen es nach rechts drehen und 20% der Leute sehen, wie es vor und zurück geht. Aber was wäre, wenn ich euch sage, ihr könnt selbst entscheiden, in welche Richtung sich dieses Pferd dreht. Damit es funktioniert, lasst als erstes mal einen Daumen nach oben da, Leute. Und wenn ihr jetzt wollt, dass das Pferd sich von links nach rechts bewegt, müsst ihr auf den Brustkorb von dem Pferd gucken. Dann sollte es sich langsam von links nach rechts bewegen. Und wenn ihr wollt, dass es sich im Kreis dreht, müsst ihr euch auf die Nase konzentrieren und euch dabei die Richtung vorstellen, in die es sich dreht. Funktioniert's?